Die Twitter-Forschung stellt uns wie überhaupt die gesamte Social Media Forschung für große methodische Herausforderungen. Wir haben ja Millionen von Posts, Millionen von Tweets. Die Frage ist nur, wie speichern wir sie, um sie nachher zu verarbeiten. Das heißt, wir haben also wirklich bei uns Server, die 24-7, so sagen wir, rund um die Uhr laufen, die das dokumentieren, um es nachher analysieren zu können. Und wir arbeiten auch qualitativ. Das heißt, wir lesen diese Tweets, wir analysieren sie wirklich im Detail und schauen, wie Menschen miteinander und auch oft gegeneinander argumentieren.